Die Gemeinde Oberndorf wächst. Darüber hinaus gibt es auch immer jüngere Kindergartenkinder. Das hat man auch im Oberndorfer Kindergarten gespürt. In den bisherigen fünf Gruppen wurde es daher langsam aber sicher zu eng, weshalb eine neue, sechste Gruppe her musste. Seit im Prinzip vom Land die Möglichkeit geschaffen worden ist, dass Kinder ab zweieinhalb Jahren in den Kindergarten kommen, ist natürlich der Platz aus allen Nähten geplatzt. Es waren im Prinzip vorher, was ich mich so erinnern kann, die 105 bis 110 Kinder. Und mit den fünf Gruppen war das im Prinzip voll. Diesen notwendigen Ausbau hätte die Gemeinde bereits ein Jahr früher umsetzen wollen. Doch wie so oft kam die Corona-Krise dazwischen. Der Umbau hat ja ein bisschen schwierig angefangen. Ein Jahr vorher hätte man das eigentlich schon geplant gehabt. Leider hat es in den Corona-Jahren keine Firmen gegeben, um die Angebote gelegt haben. Deshalb haben wir dann das auf das Jahr 2022 verlegt. Und der Bauzeitplan vom April bis September ist eingehalten worden. Also da sind alle sehr froh. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Kindergartenjahres konnte die Kleinkindergruppe, also samt Puppen und Bausteine, endlich in ihre neue Gruppe einziehen. Bis zur Fertigstellung des Ausbaus mussten die Kinder der sechsten Gruppe jedoch vorübergehend ausweichen. Ja, vor dem Umbau war es so, dass die sechste Gruppe im Bewegungsraum im Turnsaal untergebracht war. Und natürlich haben wir alle ein bisschen zusammenrutschen müssen. Und natürlich sind wir jetzt sehr froh, dass wir den Bewegungsraum wieder haben, den zweiten Bewegungsraum für die Kinder zum Turnen. Und auch während des Umbaus sind sich die Pädagoginnen in Oberndorf mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Diese wurden jedoch mit guter Zusammenarbeit gemeistert. Ja, ich muss sagen, wir haben ein bisschen Bammel gehabt, weil ein Bausteller ist natürlich Schmutz, ist natürlich mit Lärm verbunden. Aber durch die gute Organisation von allen Seiten der Beteiligten und der Flexibilität haben wir das eigentlich sehr, sehr gut bewältigt. Wir haben zum Beispiel geschaut, dass Stemmarbeiten am Nachmittag waren, beziehungsweise war es auch einmal so, wenn es nicht anders möglich war, dass die Kinder einfach mit der Pädagogin in eine andere Gruppe am Nachmittag ausgewichen sind. Und wir haben das eigentlich sehr, sehr gut bewältigt. Sowohl seitens des Kindergartens, aber auch seitens der Gemeinde ist man sehr froh, dass der Ausbau endlich abgeschlossen ist. Denn Kindergartenplätze sind besonders für junge Familien sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es sind natürlich viele junge Familien, die natürlich ihren Arbeitsplatz nutzen wollen, die arbeiten gehen wollen, die es auch teilweise brauchen. Und umso wichtiger ist, dass wir als Gemeinde hier auch Platz zur Verfügung stellen für die Kleinsten. Der Kindergartenzubau in Oberndorf ist also geglückt. Und auch für die Zukunft werden mittlerweile bereits Überlegungen angestellt.